Hallo, mein Name ist Stefan Schneider und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie Ihre Pins bei Comdirect ändern können. Das ist zum einen die PIN für den Online-Zugang oder das Telefonbanking, sowie für Ihre Visa-Karte und für Ihre Giro-Card. Wie ändern Sie nun die PIN im persönlichen Bereich? Dies ist ganz einfach. Gehen Sie einfach auf unsere Internetseite comdirect.de und loggen Sie sich mit Ihren bestehenden Zugangsdaten ein. Anschließend klicken Sie bitte auf den Punkt Verwaltung. Als nächstes klicken Sie bitte auf PIN-TAN-Verwaltung. Jetzt sehen Sie mehrere Reiter. Mit einem Klick auf den rechten Reiter, PIN, sind Sie schon der PIN-Änderung ganz nahe. Jetzt brauchen Sie nur noch auf den Button PIN ändern zu klicken und Sie können direkt Ihre bestehende PIN dort eingeben. Anschließend geben Sie bitte Ihre neue PIN zweimal ein und bestätigen das Ganze mit einer TAN. Sofort ist Ihre neue PIN aktiv. Genauso komfortabel ändern Sie auch die PIN für Ihre Visa-Karte. Klicken Sie bitte einfach auf Konto und Karte und anschließend auf Kartendaten. Dort sehen Sie zwei Reiter, dort klicken Sie bitte auf Visa-Karte. Jetzt klicken Sie auf PIN vergeben und dann können Sie auch schon Ihre neue PIN eingeben. Bitte geben Sie die aus Sicherheitsgründen zweimal ein und klicken Sie auf Weiter. Anschließend brauchen Sie nur noch Ihre neue PIN mit einer TAN zu bestätigen und diese ist sofort aktiv. Bitte beachten Sie, dass nur die erste Vergabe einer PIN kostenfrei für Sie ist. Für jede weitere Vergabe wird ein Entgelt berechnet. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die PIN für Ihre Girocard ändern können. Dies können wir aber nicht am Computer machen, sondern dazu gehen wir an einen Geldautomaten der Commerzbank. Bitte geben Sie die Karte in das Gerät ein und wählen Sie den Punkt PIN ändern aus. Als erstes geben Sie jetzt bitte Ihre alte PIN ein und bestätigen Sie die Eingabe. Anschließend fragt das Gerät Sie nach Ihrer neuen Wunsch-PIN. Bitte geben Sie diese ein und drücken Sie wiederum Bestätigen. Aus Sicherheitsgründen geben Sie Ihre neue PIN bitte nochmals ein und bestätigen Sie auch diese Eingabe. Jetzt ist Ihre neue PIN ab sofort für die Girocard gültig. Jetzt habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie Ihre PINs bei Comdirect ändern können. Haben Sie weitere Fragen, besuchen Sie unsere Website, rufen Sie Ihre Kundenbetreuung an oder hinterlassen einen Kommentar.